Musik Jo hi, ich bin der Stefan von Boneless, das hier ist ein Camcopter, ziemlich cooles Teil und als Dankeschön für 1000 Facebook-Fans hauen wir das jetzt an euch raus. Teilnehmen können alle, die Boneless auf Facebook geliked haben oder es im Zuge dieses Gewinnspiels tun. Was kann man mit so einem Camcopter eigentlich machen? Zuerst einmal, das ist meine Drohne. Die geht nicht an euch. Wir basteln für euch eine ähnliche Drohne zusammen und die ist dann auch noch frei erweiterbar. Zum Beispiel mit GPS-Modulen wie dem hier. Und wie ihr seht, kann man hier vorne ganz wunderbar eine GoPro anbringen. Ein echter Camcopter mit Profi-Ambition. Wie könnt ihr mitmachen? Einfach auf den Link in der Beschreibung klicken, dann landet ihr auf der Facebook-Boneless-Page und da dann einfach am Gewinnspiel teilnehmen. Dann wollen wir von euch ein Konzept für ein waschechtes Boneless-Video haben. Euer Konzept sollte beinhalten, welche Sportart wird gezeigt und warum. Wodurch unterscheidet sich das Video von anderen? Wie lang soll das Video werden? Und an welcher Location wollt ihr das Video drehen? Wir hier, also die Boneless-Crew, freuen sich unendlich auf eure Ideen. Wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Teilnahme. Frohe Weihnachten. Wir sehen uns nächstes Jahr. Rein hauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.